Hallo, ein kurzes Hallo für alle meine Fans in Deutschland, zu sagen, dass wir uns bald sehen werden. Ich freue mich darauf, euch alle in kommenden Hausfrau in Oberhausen zu sehen. Bis dahin, tschüss und vergiss nicht, mach deine Wünsche. Ich freue mich darauf, euch alle in die Hüfte und 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 die Hüfte.